Ja, ich muss jetzt noch kurz in den Supermarkt. Ich schulde noch 61 Cent. Ich habe mich dafür noch mal kurz umgezogen und meinen Kug mitgenommen. Prost auf euch alle. Ich möchte ganz kurz erklären, dass ich noch meine Schulden begleichen muss. Denn ein Braker zahlt seine Schulden immer. Hallo! Boah, krass! Oh, Mann! Entschuldigung, das ist nur noch 61 Cent für ein Bier. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.